Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu unserem Webinarvortrag zum Thema KfW-Corona-Hilfen, der Weg zu den Notkrediten, über den richtigen Zeitpunkt, um sich jetzt in der Krise und aber auch darüber hinaus die Liquidität zu sichern. Darüber spricht heute der CEO des Finanzierungsportals FinMatch. Herzlich willkommen, Martin Hipp. Schön, dass Sie da sind. Und ich übergebe auch direkt an Sie das Wort. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, herzlichen Dank, Frau Kögler und auch allen anderen herzlich willkommen. Ja, das Thema Corona-Hilfen, der Weg zu Notkrediten. Ich selbst war ja viele Jahre als kaufmännischer Verantwortlicher, davon alleine zehn Jahre als Finanzvorstand in mittelständischen Unternehmen unterwegs und habe natürlich in dieser Zeit auch alle Höhen, aber auch alle Tiefen der Unternehmensfinanzierung mitgemacht, habe auch einige Krisen mitgemacht. Und ich denke, ja, das, was wir in der aktuellen Krise sehen, das ist schon etwas Besonderes. Ich glaube, es ist das erste Mal auch in meiner Erfahrung, dass es tatsächlich auch in unserem privaten, in unserem persönlichen Umfeld so drastische, dramatische Veränderungen gibt. Und es wird sicherlich einiges daran ändern, wie wir miteinander umgehen, aber auch wie wir alle in der Zukunft zusammenarbeiten werden. Was ich aber so aus den Krisen der letzten Jahre immer wieder gelernt habe, sind zwei Dinge. Und das heißt, das ist erst mal so ein bisschen eine gute Nachricht. Die meisten Krisen oder alle Krisen sind in der Regel nicht so schlimm, wie wir das befürchten. Das heißt, am Ende gehen die Krisen natürlich vorbei und die Dramatik ist oftmals nicht so sehr, wie man es im Vorfeld befürchtet. Allerdings, und das ist eben dann die nächste, die eher negative Thematik, dass Krisen in aller Regel nach meiner Erfahrung viel länger dauern, als wir das alle erhoffen. Und wir sehen jetzt auch schon die ersten Auswirkungen, wenn wir sehen, Daimler vor kurzem einen Quartalsbericht macht keine Prognose für die weitere Geschäftsentwicklung. Das heißt, es ist natürlich eine sehr, sehr große Unsicherheit da. Wie wird die Thematik weitergehen? Wie werden auch sich in Zukunft, in der nähen Zukunft eben Umsätze entwickeln? Wie wird das Geschäft weitergehen? Und ich habe mal jetzt hier auf der ersten Folie mal so eine typische Umsatzentwicklung dargestellt, wie sie in der Krise eben ist. Das heißt, wir kommen meistens hoffentlich von einem relativ hohen Niveau, wo das Geschäft gut läuft, wo wir gute Umsätze machen. Und innerhalb kürzester Zeit passiert dann eben genau das, was wir jetzt bei vielen Unternehmen sehen. Der Umsatz bricht dramatisch ein. Wir gehen sehr tief ins Tal herunter. Irgendwann geht es natürlich dann auch wieder aufwärts. Das wissen wir jetzt eben momentan eben nicht. Wie lange wird eben jetzt die Thematik sein? Wie lange wird die Krise anhalten? Und diese zweite Folie oder diese zweite Linie, die wir jetzt da eingeblendet sehen, das ist im Prinzip am Ende dann der Liquiditätsbedarf, beziehungsweise auch, wie entwickelt sich der Liquiditätsbedarf? Und wir sehen, dass natürlich jetzt hier genau im umgekehrten Feld eben wieder Umsatz zurückgeht. Normalerweise kann ich die Kosten nicht im gleichen Maße eben zurückdrehen, wie ich den Umsatz zurückdrehe. Das heißt, wir sehen natürlich, der Liquiditätsbedarf beginnt relativ schnell anzusteigen. Erstmal lebe ich natürlich von dem, was ich noch an Liquiditätsreserven habe. Aber der Liquiditätsbedarf wird eben stärker und stärker, sodass wir hier sehen, das ist natürlich schon eine Entwicklung, die dann am Ende eben dann ernst wird. Und jetzt habe ich noch hier mal eine dritte Kurve eingeblendet. Und diese dritte Kurve, diese rote Kurve, dort sehen wir eben die Bonität eines Unternehmens, weil natürlich genau das passiert, was alle nicht wollen. Wenn der Umsatz eben zurückgeht, verschlechtert sich meine Bilanzrelationen. Das heißt, meine Kennzahlen werden schlechter, meine Bonität geht im Gleichen oder geht schneller oder in ähnlichem Maße zurück, eben wie meine entsprechende Umsätze oder mein Geschäft sich entwickelt. Und dann habe ich mal eingezeichnet, so dieses gestrichelte Feld unten. Das heißt, das ist so der Zeitpunkt, wo dann in vielen Unternehmen auch dann plötzlich bemerkt, okay, die Liquidität geht zu Ende. Es ist jetzt eben der Zeitpunkt gekommen, da brauche ich eben zusätzlich Mittel, die ich dann normalerweise eben dann von der Bank beantrage als Darlehen und als Sonstiges. Und das Blöde ist jetzt aber genau, wenn ich eben in dieser Phase bin, ich habe eine schlechte Bonität, mein Geld geht aus und es wird auch zeitkritisch. Und genau in diesem Moment eben wird es eben zunehmend schwieriger, Bankenfinanzierungen zu machen, die eben aufgrund der schlechten Bonität dann sehr, sehr schwierig, sehr, sehr teuer oder auch teilweise gar nicht mehr möglich sind. Und das ist eine sehr, sehr reale Gefahr. Wir sehen ja auch oftmals aus der Vergangenheit, dass viele Insolvenzen passieren ja gar nicht im Zeitpunkt, wenn der Abschwung kommt, sondern eigentlich dann, wenn der Aufschwung wieder da ist, wenn ich plötzlich wieder Finanzierungen brauche, um Produkte einzukaufen, um Vorfinanzierungen zu machen. Und das dann eben mit den entsprechend schlechten Bonitäten wird dann eben sehr, sehr schwierig. Deswegen, und das sehen wir hier, ist eigentlich der ideale Zeitpunkt, um meine Finanzierung zu sichern. Eigentlich der, wenn ich eben am Anfang der Krise bin, natürlich am liebsten vor der Krise, aber Krisen sind meistens nicht so sehr vorhersehbar. Und ich habe eben jetzt momentan noch den Vorteil, wenn ich vielleicht noch nicht die ganz dramatischen Umsatzeinbußen habe oder sie eben erst in der kurzen Zeit, dass die Bilanzrelationen eben noch einigermaßen in Ordnung sind und ich eben dann in der Lage bin, auch jetzt noch zu vernünftigen Konditionen mit meinen Banken zu sprechen, hier entsprechende Liquiditäten zu beantragen. Wir sehen viele Unternehmer, immer wieder rede ich ja auch mit vielen Unternehmern, die sagen, ja, jetzt muss ich mich ja aber erstmal um meine Kurzarbeitsthemen kümmern. Ich muss mich darum kümmern, wie organisiert das ganze Homeoffice-Thema und wie kriege ich meine Lieferketten wieder in Gang. Ja, alles richtig, alles wichtige Themen. Aber es ist eben jetzt eben genau der Zeitpunkt auch da, wo ich sage, ich muss eben meine Liquidität jetzt planen und ich muss nicht nur die nächsten sechs Wochen eben die Liquidität sicherstellen, sondern und das ist eben das, was ich am Anfang gesagt habe, in der Regel gehen eben diese Krisen deutlich länger. Das heißt, wir haben sechs, neun, vielleicht noch länger Monate, wo das Geschäft eben nach wie vor schleppend sein wird, wo eben die Umsätze nicht mehr so sein werden wie vorher. Deswegen ist es jetzt eben aus meiner Sicht wichtig, wirklich seinen Liquiditätsbedarf in ausreichendem Maße, in ausreichender Länge zu planen und rechtzeitig eben auch in die Gespräche mit den Banken zu gehen, um eben jetzt rechtzeitig eben die entsprechende Liquiditätsreserven aufzubauen. Es gibt so einen typischen Spruch, den musste ich mir in meiner Karriere auch schon das eine oder andere Mal anhören, der da heißt, finanziere dich, wenn du kannst und finanziere dich nicht, wenn du musst. Und da liegt sehr viel Wahrheit darin und im Prinzip ist das, was ich gezeigt habe, das steckt dahinter. Das heißt, jetzt geht es darum, eben die Finanzierungsthemen anzugehen, nicht zu kurz zu springen, sondern genügend Liquidität sich zu beschärfen und am Ende eben auch für den nächsten Aufschwung dann wieder gewappnet zu sein. Was für uns eben noch ein Thema ist, ich habe vorher eben darauf hingewiesen, dass aus meiner Sicht auch die Unternehmer sich jetzt wirklich um viele Dinge zu kümmern zu haben, eingefangen eben von Kurzarbeit, Homeoffice und die Lieferketten wieder in Gang bringen, aber natürlich auch die Produktion wieder nach oben zu fahren. Es gibt sehr viel zu tun in Unternehmen und viele Unternehmer sind natürlich auch lang unter mit ihren Arbeit und deswegen aus unserer Sicht eben auch ganz klar die Thematik stehen wir natürlich auch da und unterstützen die Unternehmen auch in der Beantragung der entsprechenden Finanzierungsmittel und in der Umsetzung auch der Darlehen und wir haben natürlich eine eigene Vorgehensweise, die wir entwickelt haben. Ich habe das mal auf der nächsten Folie oder auf der vorliegenden Folie dargestellt. Das sind im Prinzip fünf Schritte, beginnen damit eben, dass wir die wesentlichen Unterlagen der Unternehmen zunächst mal einsammeln, aufbereiten, auch die entsprechenden Bonitäten schon mal feststellen und auch das richtige Produkt für das Unternehmen oder beratend eben hier das richtige Produkt aussuchen, zusammen mit dem Unternehmen, in welche Richtung die Finanzierung gehen soll. Und erst wenn eben diese Themen zusammen sind, aus diesem Schritt eins und zwei, wo wir eben all diese Unternehmen Daten und aufbereitende Dokumente zusammengestellt, da auch das richtige Produkt identifiziert haben, haben auch dann und erst dann im nächsten Schritt gehen wir eben dann auf die entsprechenden Hausbanken oder Banden zu, um dann die Mittel auch tatsächlich zu beantragen. Und hier ist schon mal der erste ganz, ganz kritische Faktor aus meiner Sicht, weil es ist natürlich schon sehr, sehr wichtig, dass die Dokumente, die wir der Bank zur Verfügung stellen, die Unterlagen, wie sie aufbereitet sind, wirklich in einer Qualität und Güte und auch so ausreichend zur Verfügung stehen, dass eben dann mit diesen Dokumenten sofort eben eine Kreditentscheidung oder eine Kreditbeantragung dann auch die Entscheidung eben gemacht werden kann. Und hier passieren sehr, sehr viele Fehler, dass eben Dokumente unvollständig an die Bank geschickt werden, die falschen Dokumente teilweise drin sind und es zu sehr viel hin und her kommt. Und es dann oftmals eben auch passiert, dass Unterlagen dann unvollständig an die KfW weitergeleitet werden und dann eine Ablehnung entsprechend bekommt. Und das ist eben dann der Ansatz, wo wir sagen, wir sorgen dafür, dass so etwas nicht passiert. Ich spreche dann auch, gerade bei diesen Dokumenten, nehmen wir gerne mal von dem Zahnpasta-Tuben-Effekt, Dokumente an die KfW oder an die Bank zu schicken, das ist wie Zahnpasta ausdrücken. Das kriegt man nicht mehr zurück, wenn es als aus Versehen oder falsch war. Deswegen ganz, ganz klar, hier muss sehr, sehr viel Sorgfalt angewendet werden und es muss richtig sein. Was dann der nächste Schritt ist, wenn die Unterlagen entsprechend dort sind, die Produkte rausgesucht sind bei der Bank, geht es dann in der Regel dann auch schon einigermaßen zügig. Da will ich auch gerne mal eine Lanze für die Banken brechen, die hier einen sehr, sehr guten Job machen, die aber natürlich aufgrund der schieren Masse teilweise auch von den Dokumentenanträgen erschlagen werden. Und deswegen eben hier die Unterstützung, die wir anbieten, um das entsprechend nach vorne zu bringen und dann eben schnell dafür zu sorgen, dass die Kreditanträge auch mit den beiden Banken dann genehmigt werden und es schnell zur Auszahlung kommen kann, damit die Unternehmen illiquide bleiben und ihr Geschäft voranbringen können. Denn ich sage immer zu den Unternehmen, kümmern Sie sich um Ihr Geschäft. Wir übernehmen dann die Prozess- und Formularschlachten für Sie und beantragen die Finanzmittel, sodass Sie sich auf Ihr Geschäft konzentrieren können. Ja, das soll es soweit mal gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte damit so ein bisschen Einblick geben in die aktuelle Proklimatik, in die Themen rund um die Liquidität, auch wie wir unterstützen können. Und ja, bedanke mich jetzt schon mal ganz herzlich fürs Zuhören.